Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu meinem Lesemonat Dezember 2023, der letzte Lesemonat aus dem vorangegangenen Jahr. Ich wünsche euch dementsprechend zuallererst ein frohes, frohes neues Jahr und ja, vor allem wünsche ich mir auch für mich ein besseres Jahr, aber ich werde euch natürlich wie jedes Jahr ein kleines Vorsatzvideo drehen, wo ich euch erzähle, wie letztes Jahr war, was ich mir für nächstes Jahr wünsche und muss aber sagen, dass ich dieses Jahr wirklich sehr, sehr schön abgeschlossen habe, aber dazu dann auch mehr in diesem anderen Video. Aber ich finde es eigentlich wirklich schön, gerade auch um das alte Jahr abzuschließen, wenn wir mit den üblichen Videos beginnen, nämlich mit dem Lesemonat und den Neuzugängen und alles andere sehen wir dann im Laufe des Januars. Genau, und zwar ist der Dezember für mich am Ende noch, was heißt, hektisch geworden, aber ich hatte einfach so ein bisschen die Hoffnung oder auch so ein bisschen irgendwie mir selbst eine Challenge gesetzt, was ja für mich sonst immer relativ schlecht läuft, dass ich die Bücher, die ich angefangen habe im Jahr 2023, dass ich die im Dezember noch beende. Und zwar jetzt nicht die Bücher, wo ich mal reingelesen habe, wo ich vielleicht so 50 Seiten gelesen habe, sondern die, wo ich wirklich schon relativ viel vom Buch gelesen habe. Ich wollte diese Bücher nicht unfertig mit ins neue Jahr nehmen und habe mir so ungefähr eine Woche vor Jahresende so ein bisschen die Challenge gesetzt, dass ich die noch beende, weil ich einfach keine Lust darauf hatte, diese halbfertig gelesenen Bücher mit ins neue Jahr zu nehmen. So entstand irgendwie dann noch so eine kleine, stressige Situation, aber irgendwie ist es für mich relativ positiv ausgegangen, weil ich es geschafft habe. Und deswegen ist der Lesemonat noch relativ groß geworden, wo ich am Anfang des Monats eigentlich gar nicht mit gerechnet hätte, weil ich gar nicht mal so viel gelesen habe, die ersten drei Wochen. Aber wir beginnen jetzt mit Buch Nummer 1, beziehungsweise den zwei Mangas, die ich Anfang des Monats gelesen habe, nämlich Junjo Romantica 26 und 27. Der 27. ist relativ neu gekommen. Ich hatte den vorbestellt und habe dann den Vorgänger nochmal gelesen, um so ein bisschen wieder in die Geschichte reinzufinden, denn ich hatte ja im Laufe des Jahres die komplette Reihe, das waren dann in dem Fall 26 Bände, von vorne bis hinten gelesen. Aber auch das war jetzt schon wieder bestimmt ein, zwei Monate her, weswegen ich dann gesagt habe, okay, den 26. lese ich nochmal. Und ja, genau, da sind wir jetzt. Und ich muss sagen, Junjo Romantica begleitet mich ja schon relativ lange, bestimmt schon mehrere Jahre. Es war einer der ersten Boys Love Mangas, den ich als Jugendliche gelesen habe. und deswegen feiere ich die Reihe total und finde es schön, in welche Richtung es jetzt geht. Anfangs waren auch hier immer wieder so Eifersuchtsgeschichten das Thema, das hat irgendwann so ein bisschen... Na, aber jetzt geht es hier ums Outing und wie nimmt die Familie das auf? Und das finde ich super. Also gefällt mir immer noch sehr, sehr gut und ich glaube, da erscheinen ja sogar immer noch neue. Also ich bin sehr gespannt, wie weit der Mangaka, die Mangaka das noch ausführen wird. Und ich finde es aber schön, da immer wieder so einen kleinen Happen von zu bekommen. Dann habe ich gelesen Hardstopper Vol. 5, was ich schon relativ weit online gelesen hatte, denn Hardstopper kann man ja auf Webtoon umsonst lesen. Und jetzt nach sehr, sehr langer Zeit kam dann auch die fünfte Buchvariante heraus. Und dadurch kannte ich natürlich schon einiges davon, ich habe es aber dann trotzdem nochmal am Stück gelesen. Und was soll ich sagen? Es ist einfach so eine tolle Geschichte, die zum Nachdenken anregt, die aber auch einfach, weil sie so positiv ist, so supportend ist, einem immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn man sie liest. Und das feiere ich. Es ist eine Geschichte, die sehr divers ist und die Welt von Jugendlichen zeigt, die anders sind. Und ja, es ist einfach toll, weil es zeigt Freundschaft, es zeigt so, so viel. Es ist einfach toll. Also eine absolute Wohlfühlgeschichte, die natürlich auch ihre Probleme aufzeigt, aber trotzdem irgendwie immer wieder dieses Positive hervorbringt. Und das mag ich. Also einfach toll. Liebe ich. So, so schön. Und ich freue mich, denn es kommt ja auch noch ein Sechster. Und ich glaube, der Sechste ist dann das Finale. Und dann ist es vorbei, was natürlich auch irgendwie traurig ist. Aber wenn alle verfilmt werden, dann haben wir ja noch ein bisschen was davon. Danach, ihr Lieben, hatte ich... Also hatte ich Lust auf eine Dystopie? Ich kann es euch gar nicht so genau sagen, ehrlicherweise. Und ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam, dass ich am Ende zu diesem Buch gegriffen habe. Aber ich habe es getan. Ich glaube, sogar im November ist die Reihe Die vier apokalyptischen Reiter von Laura Talassa bei mir eingezogen. Und ja, irgendwie war das so eine Kurzschlussreaktion, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt den ersten, nämlich Pest, mal anfangen, mal reinlesen. Und daraus wurde dann, dass ich es komplett gelesen habe. In dieser Reihe geht es darum, also es ist ein dystopisches Setting, ein fantastisches dystopisches Setting, denn wir haben vier Reiter, die die Erde überrollen. Und ja, eher Negatives mitbringen, sodass die Technik kaputt geht, ganz viele Leute keinen Strom mehr haben, also es ist alles nicht so toll. Wir reiten durch die Welt, irgendwie geht alles den Bach runter, dann verschwinden die vier Reiter aber wieder, bis der eine wiederkommt. Und Pest bringt, wie der Titel schon sagt, eine tödliche Krankheit. Egal, wo er hin reitet, die Leute werden krank. Man kann sich davor nicht schützen, egal, ob man sich abschottet oder nicht, oder Masken trägt, irgendwas. Das bringt überhaupt nichts. Und jetzt kommt es dazu, dass wir eine Heldin haben, also die Heldin der Geschichte, von der ich gerade nicht mehr weiß, wie sie hieß. Kommt mir jetzt gerade nicht mehr, Leute, sorry. Vielleicht werde ich sie irgendwo einblenden. Auf jeden Fall ist unsere Heldin Feuerwehrfrau und am Anfang in der Geschichte ist sie auf der Feuerwehrstation mit ihren Kollegen und die ziehen eben Streichholz, Stäbchen, um halt, ja, zu entscheiden, wer von ihnen hier bleibt und den Plan durchführt, den Reiter umzubringen. Und leider zieht sie das kurze Stäbchen. Deswegen muss sie da bleiben. Und sie hat auch Erfolg. Der Reiter kommt vorbei, sie schießt auf ihn, sie tötet ihn. Was die Menschheit aber nicht weiß, ist, dass der Reiter nicht zu töten ist. Er steht wieder auf, er lebt weiter und nimmt unsere Heldin als Gefangene. Ja, das ist die Ausgangssituation. Natürlich ist er sauer auf sie. Er ist ja auch ein Reiter. Das heißt, er hat diesen biblischen Background und sagt immer wieder, ja, ihr Menschen, ihr seid so abgründig, ihr traut euch echt alles und du hast mich leiden lassen, ich habe gebettelt und du hast mir nicht geholfen. Und sie sagt, ich will die Menschen retten, du killst doch alle, ist doch ganz klar, was erwartest du von mir? Ja, also da prallen natürlich Welten aufeinander und da ist kein Einverständnis auf beider Seiten da, natürlich nicht. Und jetzt kommt es aber dazu, dass sie sich nach und nach zueinander hingezogen fühlen, was natürlich auf beiden Seiten mit ambivalenten Gefühlen zutage kommt, was ja ganz klar ist. Ja, das ist quasi die Ausgangssituation der Geschichte. Ich muss sagen, ich war total gefesselt, also ich konnte kaum aufhören zu lesen. Es hat mich wirklich begeistert. Was ich aber dazu sagen muss, ist, wenn man das liest, es ist ja wie gesagt ein dystopisches Setting, ja. Also es ist unsere Erde, allerdings durch das Auftreten dieser Reiter kein Strom mehr, kein Internet mehr. Es bricht alles zusammen, also wirklich so ein bisschen apokalyptisch. Es hat sowas natürlich auch Fantasy-lastiges. Für mich war es aber mehr Dystopie in dem Fall tatsächlich. Und es wird wirklich der Hauptaugenmerk auf die Beziehung von Pest und unserer Heldin gelegt. Also das ist wirklich etwas, was nach und nach ganz klar wurde, dass das das Hauptthema ist. Also es liegt wirklich das Hauptaugenmerk auf dieser Beziehung und weniger auf den Umständen außenrum. Also gerade wenn die sich fortbewegen, wenn die am Reiten sind, man bekommt wirklich kaum die Umgebung beschrieben. Die reiten halt durch den Wald und da sind Bäume. Mehr bekommt man da nicht. Die halten ja in vielen Häusern, die werden mal mehr oder mal weniger beschrieben. Und natürlich geht es auch hier um das Leid der Menschheit. Das ist natürlich ein Riesenthema, vor allem für unsere Heldin. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass wirklich eben diese Beziehung im Mittelpunkt stand und alles andere eben so Außensachen sind, die natürlich auch mit reinspielen, die jetzt aber nicht so eine riesige Rolle spielen. Also gerade was Beschreibungen der Umwelt angeht, wurde sich da sehr zurückgehalten und es wurde auch oft so ein bisschen in der Zeit gesprungen. So jetzt waren sie mal da und dann plötzlich reiten sie weiter und sie sind dann plötzlich Monate unterwegs. Also es sind schon so Stellen, wo man als Leser sich so dachte, hey warte, wie, wo, was? Also das schon. Es war dementsprechend für mich jetzt kein Highlight der Extraklasse oder etwas, wo ich gesagt hätte, wow, habe ich noch nie gelesen. Trotzdem fand ich es aber schön, weil ich die Love Story relativ authentisch fand. Man könnte jetzt natürlich sagen, oh, Stockholm-Syndrom und natürlich kommt das Thema hier bei der Protagonistin auch mal auf, dass sie denkt so, wie kann das sein? Aber ich fand es einfach schön, dass wir doch in irgendeiner Form Kommunikation bekommen, die erstmal schwierig ist, weil der Reiter natürlich erstmal nicht mit sich reden lässt, der aber nach und nach merkt, dass es irgendwie schon kacke ist, was er tut, dass er aber nicht damit aufhören kann. Er aber merkt, okay, die Liebe meines Lebens hängt davon ab. Also es ist wirklich eine sehr ambivalente Geschichte, was die Gefühle angeht, was die Einstellungen der beiden Protagonisten angeht. Denn auch sie zweifelt natürlich an ihren Gefühlen, denn sie liebt gerade einen Typen, der die ganze Menschheit umbringen will. Also es ist natürlich nicht so, dass man sagt, oh, ich bin verliebt, alles gut, wir sind jetzt zusammen. Nein, das spielt hier mit sehr, sehr vielen Faktoren. Und ja, ich muss sagen, ich fand es gut. Mir hat es wirklich gut gefallen. Ich war so ein bisschen, dass ich mir so gedacht habe, okay, das hier spielt jetzt, glaube ich, erstmal in Kanada, dann Amerika, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Leute. Und ich dachte halt, dass die ganze Reihe so einen sehr amerikanischen Touch haben würde. Habe aber in den zweiten schon reingelesen, der da, glaube ich, in Jerusalem spielt. Glaube ich. Leute, ich habe wirklich nur mal reingelesen, es war auch nur ganz kurz, ich habe den auch noch nicht beendet, also den werdet ihr jetzt noch nicht sehen. Aber ich fand es ganz spannend, da dann zu merken, dass wir wirklich uns geografisch in einem sehr, sehr weiten Rahmen bewegen und der zweite dementsprechende komplett andere Atmosphäre, weil komplett anderes Setting haben wird. Und das finde ich super spannend. Das heißt, ich freue mich sehr auf den zweiten, wo es dann um den Reiter Krieg gehen wird. Hier hatten wir Pest. Ich fand es krass, weil doch die Beschreibung der Krankheit sehr anschaulich war, was an manchen Stellen sehr eklig war, die Geschichte teilweise relativ brutal gewesen ist und mir die Liebesgeschichte trotzdem authentisch vorkam. Und das muss man erstmal schaffen bei so einem Thema. Dann habe ich ein Manwa gelesen, Kirschblüten nach dem Winter, Band 5. Ich hatte diesen Manwa tatsächlich schon online gelesen, da muss ich tatsächlich noch mehr erwähnen. Ich habe Painter of the Night im Dezember beendet und Pearl Boy, glaube ich, im November. Beide sind abgeschlossen. Also Kirschblüten nach dem Winter ja schon länger, die werden halt jetzt, kommen die auf Deutsch raus, liebe ich total. Weil eine total sweet Boys Love Geschichte, die halt wirklich süß ist, cute ist, zum Wohlfühlen, das macht wirklich Spaß. Wenn man etwas möchte, was ein bisschen tragischer ist, was sehr spicy ist, gut spicy ist das hier auch, aber es ist auf anderen Leveln spicy, würde ich sagen. Und was auch mit teilweise sehr brutalen Thematiken daherkommt, ist Painter of the Night vor allem und auch Pearl Boy. Beides Geschichten, die ich absolut lieben gelernt habe und beide sind abgeschlossen. Ich habe beide online komplett beenden können. Tolle Geschichten, von denen ich wirklich ganz, ganz arg hoffe, dass sie ins Deutsch übersetzt werden. Denn Painter of the Night kann man nur in der Originalsprache kaufen, was ich tue. Also ich habe jetzt, glaube ich, fünf Volumes zu Hause. Und Pearl Boy kann man, glaube ich, noch gar nicht im Print kriegen. Ich bin mir nicht sicher. Also da habe ich auf jeden Fall noch nichts gefunden. Under the Green Light würde ich mir natürlich auch wünschen, aber da gibt es bisher ja nur eine Staffel. Und Pearl Boy und Painter of the Night sind abgeschlossen. Ich liebe beide total. Die Zeichnungen sind super und es ist einfach... Es ist tragisch. Es ist beides sehr tragisch. Mal mehr oder weniger gutes Ende. Aber es ist top. Also eine der großartigsten und da würde ich mir wirklich wünschen, dass sie übersetzt werden. Ja, ihr Lieben. Dann war der Moment gekommen, wo ich diesen Stapel gesehen habe von Büchern, die ich dieses Jahr angefangen und nie beendet hatte. Das hatte mehrere Gründe. Einfach den, dass ich eigentlich tatsächlich sowohl September, Oktober und November auf der Suche nach Bücher für unseren Bücherabend war, für den Weihnachtsbücherabend. Und immer, wenn ich ein Buch gelesen habe, was ich mochte, wo ich aber während des Lesens gemerkt habe, dass ich das nicht für den Bücherabend nehmen kann, aus den einen oder anderen Gründen, habe ich dieses Buch zur Seite gelegt. Und dadurch entstanden mehrere Bücher, die ich anfing und wirklich seit September nicht beendet habe. Und es war wirklich für mich eine Herausforderung, die ich mir dann Ende des Jahres noch gestellt habe. Aber ich wollte es schaffen. Und ich bin so stolz auf mich, weil ich es geschafft habe. Und es hat wirklich mehrere Bücher betroffen. Ich glaube, fünf insgesamt. Wobei das eine nicht auf diesem Stapel lag und ich das tatsächlich, während ich am 31., also gestern, eine Sprachnachricht aufnahm, in meinem Subregal gesehen habe. Und ich war so, fuck. Weil dieses Buch, ich war beim letzten Drittel und ich habe es nach dem Sommer, dieses Buch habe ich sogar im Sommer angefangen, nicht weiter gelesen. Ich war so, ach du Scheiße. Wir hatten 15 Uhr am 31. Und ich war so, ach du Scheiße, kann ich das noch schaffen? Wir haben uns abends um 19 Uhr verabredet gehabt. Zur Silvesterfeier. Also was heißt Feier? Gemütliche Runde mit Freunden. Wir sind fast 30, also wir feiern nicht mehr. Doch, wir haben Mario Party gespielt. Also wir haben Mario gepartied. Naja, ich habe mich dann um drei hingesetzt. Und ich habe mich zwei Stunden lang nicht vom Fleck bewegt, bis ich dieses Buch beendet hatte. Also, es war eine ereignisreiche letzte Lesewoche für mich. Und gestartet hat diese mit Magnolia Parks. Ich war bei Magnolia Parks. So weit, glaube ich. Ja. Magnolia Parks ist ein Phänomen. Wirklich ein Phänomen. Ich glaube, wenn man etwas sucht, womit man es vergleichen kann, ist es am ehesten Gossip Girl. Meine Katze maunzt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Oh mein Gott. Es ist so dieses, wie kannst du es wagen, in dieses Zimmer zu gehen und dich einzusperren, wenn du mich nicht reinlässt. So sorry, Findus. Ja, Magnolia Parks. Es ist ein Phänomen. Es ist tatsächlich so eine Geschichte, von der ich am Ende gar nicht sagen kann, ob ich sie liebe oder sie hasse. Ich gehe aber davon aus, dass das wirklich vielen Leuten so geht. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Buch in mein Jahreshighlights-Video mit reinnehmen soll, weil der Anfang hat mich gecatcht und zwar tierisch. Das ist aber kein Buch, was ich in unserem Laden als Empfehlung am Weihnachtsbücherabend hätte nehmen können, weil das einfach eine Thematik ist. Das kannst du nicht jedem empfehlen. Das ist, ich weiß auch bis heute nicht, ich weiß, dass es unheimlich viele Leute gelesen und geliebt haben. Aber ich stehe da wirklich vor einer Herausforderung, das Leuten zu empfehlen, weil dieses Buch ist so... Also ich meine, es steht ja in der Triggerwarnung, dass es um eine toxische Beziehung geht. Das heißt, ich gestehe dem Buch das zu oder der Autorin, dass sie weiß, was sie hier darstellt, dass sie das auch wirklich im Buch angibt, dass es klar ist, das ist keine Beziehung, der man nacheifern sollte. Trotzdem ist diese Beziehung so intensiv dargestellt, dass ich teilweise gedacht habe, so wow, diese Menschen, die lieben sich wirklich. Andererseits müssen die sich so sehr hassen, um sich sowas anzutun, immer wieder. Es ist schwierig, es ist wirklich eine Achterbahn. Ich war aber wirklich reingezogen. Und ich habe auch nur diese Pause gemacht, wegen des Bücherabends. Ich weiß noch, als ich das Buch anfing, ich war so gecatcht. Ich habe wirklich, ich habe 100 Seiten so schnell weggesuchtet gehabt. Es ist so eine schwierige Thematik. Ich weiß gar nicht, ich... Leute, also ich meine, da merkt man es ja schon, ne? In diesem Buch geht es, wie der Titel schon sagt, um Magnolia Parks. Magnolia Parks gehört zu den It-Girls in der Society. Das heißt, sie hat Geld, sie hat Ahnung von Fashion. Und was ich an diesem Buch so, so toll fand, war, dass sie wirklich bei jeder Person, die sie sieht, immer erst mal beschreibt, was sie sie trägt. Das ist erst mal vielleicht gewöhnungsbedürftig, war aber für mich total entscheidend, um herauszufinden, wie dieses Mädchen funktioniert. Also ich fand das ziemlich cool, muss ich sagen, dass sie einfach auch so ein bisschen diesen Kink hat. Also das heißt Kink, aber diese Eigenschaft hat, wirklich zu sehen, was andere Leute tragen, Marken zu erkennen. Ich fand das irgendwie eingängig. Also es hat schon Spaß gemacht zu lesen. Die, ja, schon seit Jahren eigentlich die Liebe ihres Lebens kennt, nämlich BJ Ballantyne. Allerdings ist in der Vergangenheit etwas passiert, wodurch die beiden es einfach nicht schaffen, wieder zusammenzukommen. Also die führen irgendwie eine Relationship, die sind irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie weiß die ganze Welt, dass die zusammengehören, aber die beiden führen keine Beziehung. Er schläft sich so gefühlt durch die gesamte Mädchenmasse in der Society und sie gaukelt immer wieder vor, in einer glücklichen Beziehung zu sein mit Männern, mit denen sie nicht schläft. Das heißt, wir haben hier eine Situation, die super schwierig ist, weil eigentlich lieben sich die beiden. Aber sie schaffen es eben, durch das, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht zusammen zu sein. Es ist einfach super, super schwierig. Sie werden immer wieder verletzt, weil sie eifersüchtig ist, weil er mit anderen schläft. Er eifersüchtig ist, weil sie mit anderen Typen zusammen ist. Es ist von vorne bis hinten wirklich eine schlimme Situation, weil man halt wirklich Leute, man liest das und man merkt, dass die beiden sich vergöttern. Das muss die große Liebe sein. Als Leser liest man das und man denkt sich so, oh mein Gott, die beiden, die sind es. Das ist das. Das ist einfach das, was man sucht. Es ist so intensiv, was die beiden haben, dass ich wirklich zwischendurch dachte, oh mein Gott, ich will das auch. Und ich bin verheiratet, glücklich und seit fast 13 Jahren jetzt mit meinem Mann zusammen. Also, you know. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Denn in diesem Buch passiert eigentlich die ganze Zeit dasselbe. Die ganze Zeit. Sie verletzen sich, aber sie lieben sich. Sie verletzen sich, aber sie lieben sich. You know. Das ist alles, was in diesem Buch passiert. Mit ein paar ausgeschmückten Details. Aber trotzdem suchtet man dieses Buch so weg und man feiert es irgendwie. Und es hat einen Cliffhanger, was richtig scheiße ist, weil der zweite Teil handelt ja erstmal von Daisy Hates. Also, es ist eine fünfteilige Reihe, wovon drei Bände um Magnolia Parks und BJ Ballantyne drehen und zwei davon um Daisy Hates und Christian. Allerdings ist es halt immer abwechselnd. Magnolia Parks, Daisy Hates, you know. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem fortlaufend, sodass man das schon in einer Reihenfolge lesen sollte. Gehe ich mal von aus und ich bin so jemand, ich mache das auch nicht anders. Deswegen natürlich erstmal enttäuschend, weil riesiger Cliffhanger und ich muss erstmal Daisy Hates lesen. Obwohl mich die Story von Christian und Daisy Hates schon auch interessiert. Das könnte auch sehr spannend sein. Ja, aber krasse Scheiße. Wirklich krasse Scheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Ich stehe diesem Buch so ambivalent gegenüber, weil diese Beziehung so toxisch ist und es einfach so schlimm ist, was die beiden machen. Und es ist einfach immer wieder zerreißt es dem Leser das Herz. Es ist halt wirklich wie bei Gossip Girl. Man dachte, endlich ist alles gut. Ich meine, Mann hier, nur Blair und Chuck. Ja, und dann dieses Scheiß-Hotel. What the fuck is going on? Ja, und ich meine, genau solche Situationen haben wir hier. Immer wieder ist man so enttäuscht von BJ. Aber trotzdem will man doch, dass die beiden zusammenkommen. Was ist das, ja? Also man ist es, zerreißt einem wirklich auf jeder Seite wieder das Herz. Und das ist irgendwie, wenn ein Buch sowas macht, das ist ja auch was Gutes, ja. Wenn man da so mitfühlen kann. Aber irgendwie ist es trotzdem eine Hate-Love. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß noch nicht, ob das in meinem Highlight-Video mit drin sein wird. Aber es hat mich ja irgendwie schon mitgerissen. Es ist, ja... I don't know. So, als nächstes. The Fine Print. Dreamland Billionaires. Ich hatte... Wie viel hatte ich denn? Von dem Buch hatte ich noch nicht so viel. Ich glaube, ich hatte so 120, 150 Seiten. Dreamland Billionaires ist ja tatsächlich auch ein TikTok-Hype gewesen. Oder generell einen Hype in den sozialen Medien. Und ich dachte halt tatsächlich, dass ich ein New Adult-Buch wie jedes andere lesen werde. Und das war nicht der Fall. Und das habe ich geliebt. In diesem Buch geht es um die drei Kane-Brüder. Und zwar in diesem bestimmten Buch hier um Rowan Kane. Und die drei Brüder bekommen von ihrem toten Großvater, der einen sehr, sehr erfolgreichen Freizeitpark, nämlich Dreamland, aufgebaut hat, im Testament die Aufforderung, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, damit sie das Erbe antreten können oder damit sie das Erbe bekommen. Und bei Rowan geht es eben darum, dass er ein Jahr lang den Direktor von Dreamland geben muss, damit er danach eben sein Erbe bekommt. Also das handelt sich natürlich um sehr, sehr viel Geld. Und da die drei Schwierigkeiten mit dem Vater haben, wollen sie natürlich alle drei dieses Erbe antreten, damit der Vater das nicht bekommt. Allerdings hasst Rowan Dreamland. Er verbindet mit diesem Freizeitpark nichts Gutes mehr. Er hat einfach Probleme damit. Und dann kommt ihm da auch noch eine Frau in die Quere, die beim Entwicklerteam dabei ist, dass ihm helfen soll, den Freizeitpark weiterzuentwickeln, damit er sein Erbe eben bekommt. Und Leute, was ich so, so toll fand, war die Figuren. Also die Figuren sind wirklich toll, weil wir hier keine Red Flags haben. Und ich bin immer wieder in den letzten Monaten so begeistert davon, dass es doch Autorinnen gibt, die authentische Liebesgeschichten schreiben können mit Typen, die absolute Green Flags sind. Da muss ich jetzt hier an der Stelle nochmal The Long Game von Elena Amers erwähnen, weil es in diesem Buch einfach genau das ist. Dieses Buch ist eine absolute, absolute Green Flag. Dieses Buch ist so toll, was den Typen angeht. Und genau so ist es bei The Fine Print auch. Rowan mag zwar am Anfang ein sehr, ja, wie soll man das sagen, ein sehr verschlossener Charakter sein, der keine Liebe erfahren will, weil er einfach nicht glaubt, dass er da zu fähig ist, dass er da würdig ist. Der sich aber, sobald er merkt, dass er Gefühle hat, wirklich öffnet und wirklich versucht, ehrlich zu sein und wirklich zugibt, wenn er Fehler gemacht hat und gelogen hat und wirklich alles versucht, um dieser Liebe würdig zu sein. Und ich habe das so gefeiert, weil ich das einfach so schön finde. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe auch nur Adult Bücher, in denen wir ein Bad Boy haben. Ich kann auch Dark Romance lesen, wo die absolute Red Flags Typen sind. Wenn es deklariert ist in den Büchern, wenn es drin steht, dann finde ich das absolut in Ordnung. Ich meine, ich habe davor Magnolia Parks gelesen. Mehr Toxic geht nicht. Aber ich finde es dann auch einfach überragend, wenn ich dann mal wirklich Bücher lese, wo wir Typen haben, die so Green Flag sind, dass du da sitzt und denkst, oh Mann, das ist ja so cute. Und es geht eben auch so. Und trotzdem sind die Bücher spannend, ohne dass der Typ zwischendurch mal ein absolutes Arschloch ist. Wisst ihr, was ich meine? Dazu noch eine süße Prise Erotik, die aber jetzt keinen großen Raum einnimmt. Feiere ich. Also richtig toll. Für mich war das eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich bin dementsprechend auch sehr, sehr froh, dass ich die Chest of Phantoms Sonderausgabe im Hardcover besitze. Und es hat Bock auf mehr gemacht. Ja, es hat Bock auf mehr gemacht. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Story von Declan Cain, der große Bruder, der im zweiten Teil drankommt. Genau. Absolute Leseempfehlung von mir. Wenn ihr wirklich gute New Adult mögt, dann schaut euch das hier an. So, ihr Lieben, danach. Ja. The Things We Liefern Finished. Ein Buch, bei dem ich doch so meine Bedenken hatte, ob ich das tatsächlich noch schaffen kann vor Neujahr. Denn ich hatte genau die Hälfte. Ich hatte genau die Hälfte und dieses Buch ist ja relativ dick. Ja, es hat über 500 Seiten. Und bei dem Buch lag es nicht nur am Bücherabend, dass ich es erstmal abgebrochen habe, sondern daran, dass ich es als super lang empfunden habe. Also, dieses Buch hat es mir doch relativ schwer gemacht. In dem Buch geht es um Georgia Stanton, die quasi gerade ihre Großmutter verloren hat oder Urgroßmutter. Uroma ist sie, glaube ich. Die eine sehr, sehr große Autorin gewesen ist. Also, jeder kannte sie, jeder liebte sie. Und sie hat ein unveröffentlichtes Werk, das quasi ihre eigene Lebensgeschichte ist. Und jetzt bittet Georgias Mutter, Georgia, dass sie dieses Buch doch von einem anderen Autor zu Ende schreiben lässt. Weil die Mutter halt einfach Geld braucht. Also, das hat nichts mit der Großoma zu tun oder dass sie irgendwie denkt, das müsste so sein, sondern sie will das Geld. Und Georgia stimmt dem ganz widerwillig zu. Sie möchte aber nicht, dass das Buch ein Happy End hat, weil sie meinte, das hat es im wahren Leben ja auch nicht gehabt. Und der Autor, der es zu Ende schreiben soll, ist auch ein sehr bekannter Autor. Auch bekannt für seine Bücher ohne Happy End. Aber genau, der möchte gerne das Happy End. Und so kommen sie zu dem Entschluss, dass er beide Enden schreiben soll. Und Georgia am Ende aber quasi die Macht darüber hat, welches Ende benutzt wird. Und so bekommen wir auf dem einen Erzählstrang die Story von Georgia und ich glaube Noah heißt er genau. Noah ist der Autor. Die eben damit strugglen, dieses Buch irgendwie fertig zu bringen. Die sich erstmal nicht leiden können, aber dann oft Gefühle füreinander entwickeln. Und dann haben wir im anderen Erzählstrang eben die Story von Georgias Ur-Oma, ist sie glaube ich, Scarlett Stanton. Und ihrer liebe Jameson, die sich während des Krieges kennengelernt haben. Und dementsprechend ist es in irgendeiner Form auch ein zeitgeschichtlicher Roman. Und am Anfang fand ich die Idee super cute. Was mich ein bisschen genervt hat, war, wie oft Georgia in diesem Buch angibt, wie heiß doch der Typ ist. Ich war so, ja, wir wissen es. Er ist heiß, er sieht gut aus, ist klar. Trotzdem mag sie ihn halt am Anfang nicht so wirklich. Ähm, und die Ernährung von den beiden fand ich sehr süß. Obwohl ich fand, dass die Story von den beiden zwischendurch eigentlich kaum Inhalt hatte. Und alles in allem hat es sich sehr gezogen. Also es hätte deutlich kürzer sein können, finde ich. Ähm, auch die Story von ihrer Ur-Oma und ihrem Typen fand ich super cute. Es war halt Zeitgeschichte. Also wer halt keine Zeitgeschichte mag, ja, der wird Schwierigkeiten damit haben. Also es ist halt wirklich eine Kriegsstory. Ähm, es ist tragisch. Es ist wirklich, ne. Und ihr Lieben, ich war halt wirklich an einem Punkt, wo ich mir so gedacht habe, okay, wie soll ich diesen Brummer noch fertig kriegen? Es zieht sich einfach ins Unendliche. Es ist schwierig für mich, das zu lesen. Obwohl ich es nicht schlecht fand, aber es zog sich einfach im Mittelteil so sehr. Und dann habe ich einfach das Ende gelesen und es hat mich einfach weggeblasen. Also das Ende war wirklich gut, Leute. Ich war so, ich habe halt so gedacht, okay, Ende des Jahres auch mal ein Buch, was nicht so toll ist. Und dann kam das Ende und ich war so, was ist das? Dieses, dieses Jahr will einfach, dass ich das mit geilen Büchern beende. Ich meine, am Ende habe ich natürlich trotzdem Schwierigkeiten mit der Mitte gehabt, ja. Ich fand es deutlich zu lang. Aber das Ende war schon richtig gut. Das Ende war schon richtig gut, Leute. Also das Ende hat mich wirklich dann am Ende doch noch umgehauen. Und ich war so, ja, ja, nice, nice Sache, cool gemacht. Also sehr ambivalent, sehr ambivalentes Lesevergnügen, muss ich sagen. Ist es das Ende wert, dass man das durchzieht? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also es war schon, das Ende war schon sehr geil. So, danach, Dead Romantics von Ashley Poston. Da hatte ich noch nicht so viel von gelesen. Ich hatte vielleicht 100 Seiten. Ich glaube, 100 Seiten hatte ich von einem 400 Seiten Buch. In diesem Buch geht es um Florence. Florence Day. Er erinnert mich immer an Jessica Day aus New Girl, weil ich auch finde, dass die beiden sich sehr ähnlich sind von den Charaktereigenschaften. So quirlig und irgendwie süß, ein bisschen tollpatschig. Also eine coole Protagonistin. Also einfach cute. Und Florence hat eine besondere Begabung. Sie kann Geister sehen. Das hat sie von ihrem Vater geerbt. Die Eltern führen tatsächlich auch ein Bestattungsinstitut. Und, ja, sie wohnt aber sehr weit weg und erfährt jetzt, dass ihr Vater gestorben ist, weswegen sie zurück nach Hause muss. Hinzu kommt, dass sie Probleme mit ihrem Lektor hat. Denn sie ist die Ghostwriterin von einer sehr, sehr berühmten Autorin, nämlich Anne Nichols. Und er beharrt jetzt darauf, dass er das Buch, was sie gerade für diese Dame schreibt, jetzt bald zurückhaben will. Denn das Enddatum ist erreicht. Aber sie hat noch nicht mal wirklich... Also sie hat schon angefangen, aber sie hat das Ende noch nicht geschrieben. Und da Georgia gerade eine sehr, sehr schwierige Beziehung hinter sich hat, ähm, oder Trennung hinter sich hat, kann sie gerade keine Happy Ends schreiben. Aber er will ein Happy End. Jetzt vergisst sie natürlich alles drumherum, denn die Dad ist gestorben, sie fährt nach Hause und plötzlich steht der heiße Lektor als Geist vor ihr. Das heißt, er ist tot und, ähm, jetzt versuchen sie herauszufinden, was er denn auf der Erde noch so machen muss, damit er ins Jenseits übergehen kann, quasi. Also alles in allem ist es ein Buch, wo es um Trauerbewältigung geht, aber auch um die große Liebe und auch generell um Familie und Geheimnisse und Gerüchte. Ähm, ich fand's cute, weil es einfach sehr humorvoll ist. Es hat einen gewissen Charme, hat aber nichts, was man nicht schon kannte. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ohne euch jetzt zu spoilern, dass ich wusste, wie es ausgeht. Ich fand, es war sehr vorhersehbar. Ich kenne einen Film, der wirklich super ähnlich ist mit, heißt er so lange, solange du da bist, mit Reese Witherspoon und der Typ, der Hulk gespielt hat. Also dieses Ende war so vorhersehbar. Ich meine, da gab's ja so viele Hinweise zwischendurch, dass es genau auf dieses Ende hinführen würde. Und ich bin ja sowas, bei sowas sehr prädestiniert. Ich bin jemand, der sehr, sehr schnell das Ende von Büchern errät. Ähm, wenn es nur ein paar Hinweise gibt, ich weiß das, ne. Ähm, und hier war das ja wirklich mit einem Vorschlaghammer, die Hinweise teilweise. Da dachte ich mir so, naja, also wenn das nicht am Ende rauskommt, dann weiß ich auch nicht. Und es kam genau so. Und da dachte ich mir so, ja, okay, mh, es ist halt genau dasselbe Motiv wie bei diesem Film. Natürlich kommt hier noch diese ganze Situation dazu mit dem Bestattungsinstitut und dem Tod des Vaters. Und das ist dann schon ein bisschen einzigartig. Aber dieses Motiv war genau dasselbe. Und das fand ich so ein bisschen, das kannte ich halt schon. Es war vorhersehbar. Und dementsprechend hat es dem Lesevergnügen so ein bisschen einen Abbruch getan. Nichtsdestotrotz fand ich es humorvoll, cute und, ähm, jetzt auch keine schlechte Leseerfahrung. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Buch, was ich schon im Sommer angefangen hatte. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es auch im Sommer auf unserem Bücherabend vorgestellt habe. Weil es grandios geschrieben ist. Ich habe es aber nie zu Ende gelesen. Ich bin im letzten Drittel angekommen und ich weiß noch, dass ich für diesen Bücherabend so spät dran war. Und ich wollte dieses Buch unbedingt nehmen, weil ich wusste, dass es geil ist, dass es toll geschrieben ist. Dass es sich liest wie eine Biografie, obwohl es ein Roman ist und es diese Person nicht wirklich gegeben hat. Ähm, ich wollte dieses Buch nehmen, weil es grandios ist. Ähm, und ich hatte, glaube ich, ich hatte, mir fehlten noch so 150 Seiten. Und dann kam der Bücherabend und ich habe es vorgestellt und ich habe es verkauft. Und ich habe es dann wieder in mein Subregal gestellt und ich habe es nie fertig gelesen. Und gestern ist es mir aufgefallen in meinem Subregal. Und ich war so, waaah, nein, jetzt habe ich die ganze letzte Woche damit verbracht, diese ganzen Bücher noch zu beenden. Und jetzt kommst du und jetzt, jetzt merke ich, dass du da noch stehst. Es handelt sich um die sieben Männer der Evelyn Hugo. Was ich gestern innerhalb von zwei Stunden, in denen ich mich nicht von meinem Platz weg bewegt habe, noch beenden konnte. Und es ist ein Jahreshighlight. Es ist so wundervoll. Es ist so fantastisch geschrieben. Ich habe wirklich, es gibt so selten Bücher, die so einen tollen Stil haben. Und ich habe gestern dann wieder reingelesen und ich war so, oh, dieser Stil ist so toll. Das ist einfach so schön. In diesem Buch geht es um Evelyn Hugo, wie der Titel schon sagt, und um Monique. Monique ist Journalistin, ist noch nicht so ganz da, wo sie sein möchte. Und bekommt jetzt eine Anfrage von Evelyn Hugo, ihre Biografie zu schreiben. Und Monique ist so, why me? Ja, also wieso ich? Hinterfragt es aber nicht mehr so krass. Denn im Endeffekt ist das natürlich für sie eine Riesenmöglichkeit. Denn Evelyn Hugo ist die Stilikone der 60er, 70er Jahre, glaube ich. Ich meine, es sind die 60er, 70er. Ich bin, ich meine schon. Die siebenmal verheiratet war, die Sexbombe aus dieser Zeit. Eine sehr, sehr krasse Frau, die sich jetzt nur Monique öffnen möchte. Und ihr jegliche Details, gute und schlechte aus ihrem Leben verraten möchte, damit Monique ein Buch daraus machen kann. Also, ja, sieht Monique natürlich diese Chance, packt sie beim Schopfe. Und dann bekommen wir Evelyns Geschichte und die ihrer sieben Ehemänner berichtet. Und es ist, es ist ein Ritt. Es ist, was für ein Ritt ist das? Evelyn ist eine Person, die man zwischendurch hasst, aber auch liebt, verstehen kann, wiederum aber auch nicht verstehen kann. Eine sehr ambivalente Figur. Man hat dann wirklich das Gefühl, man liest eine Biografie einer tatsächlichen Person. Ähm, dann kommt noch dazu, dass Moniques und Evelyns Leben verstrickt sind. Man weiß irgendwie nicht so ganz, wieso. Denn warum hat Evelyn Monique ausgewählt? Die Frage steht natürlich für den Leser von Anfang an im Raum. Und was da kommt, ist sehr, sehr heftig. Ähm, ein fantastisches Buch. Also wirklich, es ist so fantastisch und ich bin einfach so, so happy, dass ich es dann doch geschafft habe, auch dieses Buch noch im Jahr 23 zu beenden. und nicht mit so krass angefangenen Büchern ins neue Jahr gestartet bin. Und damit ende ich diesen 40 Minuten langen Lesemonat. Es tut mir so leid. Ähm, aber der Monat war für mich dann doch noch sehr ereignisreich, weil Mitte des Monats saß ich da und dachte mir so, okay, ich habe vielleicht gerade mal zwei Bücher gelesen. So, Hardstopper, also eigentlich ein Comic, den man in 10 Minuten und so gelesen hat. Und Pest. Und ich war so, mhm. Und dann irgendwie so in den letzten anderthalb Wochen habe ich mich entschieden, das muss ich irgendwie alles noch schaffen. Und habe mich dann wirklich rangesetzt und das, ja, ich weiß nicht, das ist so, diese Lesebegeisterung kam dann auch irgendwie zurück. Ich habe ja in diesem Jahr wirklich Höhen und Tiefen gehabt, aber dazu mehr in meinen Vorsätzen und auch so ein bisschen Rückblick. Ähm, ja, aber richtig cool. Also, der Dezember war für mich dann doch noch sehr lesereich und es hat Spaß gemacht. Es waren gute Sachen dabei und, ja, genau. Das dazu. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr im Dezember noch so gelesen habt zum Jahresabschluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!